Hallo ihr süßen Bubis, ich bin's eure Jurassika Packer live aus Berlin. Ich bin gerade vor meinem Haus in der Potsdamer Straße, denn ich warte auf eine Limousine, die mich zum Geburtstag von Julian F.M. Stöckel bringt. Ihr kennt ihn vielleicht aus dem Dschungel. Der feiert heute seinen 25. Geburtstag im Berliner Kriminaltheater. Ganz, ganz viele Prominente werden da sein, unter anderem auch ich. Und ich werde heute abgeholt von einer Limousine. Ich bin pünktlich hier unten. Wer ist nicht da? Die Limousine. So, der Bus ist da, der Bus ist da. Jurassika Packer! Ja, ich bin's! Jurassi, da ist sie, hallo! Hi, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Meine Güte. Pass ich da noch rein? Jurassika Packer. Hi, ich bin das. Aber ist da noch Platz für mich? Die Beinfreiheit ist ein bisschen knapp. Dann komme ich einfach vorne rein. Ich kann mich gut zusammenfalten, super. Passt doch, das ist super. Ja, meine Güte. Ihr seid ganz schön spät, Leute. Ja, der war in deiner Frisur ausgeglichen. Habt ihr ja. Herr Winter von der Höhe von Karsten. Schön, ich freu mich. Hi. Hi, grüß dich. Hi. Ihr beide seid zusammen hier heute, ja? Du bist, du bist der Bert. Ja, ich bin der Bert. Und du bist wer? Carsten. Hallo, Carsten. Und das ist Henry de Winter. Guten Tag, Herr Winter. Guten Tag. Warte mal. Ich bin Jurassika Packer. Das ist ja toll. Das ist das Shuttle, das ist ein alter VW-Bus von, welcher Jahrgang ist der? Äh, 72. 72, da war ich doch nicht mal geboren. Nein. Ich bin heute nämlich die Jüngste hier in diesem Bus. Forever Young. Und das war der Wofi. Guck mal drauf. Ja, ja. Wie heißt der nochmal? Bobby. Ja, seine Maus. Ja. Seine Maus. Ist ja nicht so kalt. Ein bisschen. Ja, ne? Aber gehört zum Beruf dazu. Ja, Mäuse. Ich habe noch meine Hohenschuhe an. In dem Haus wurde der Satz gesprochen, niemand hat die Absicht eine Mauer zu bauen. Ich werde jetzt meine Hohenschuhe anziehen. Wir sind jetzt übrigens im ehemaligen Osten. Wir halten jetzt nämlich mit diesem Auto direkt auf dem roten Teppich oder vor dem roten Teppich. Und ich habe natürlich meine Hohenschuhe eingepackt. Ich hoffe, es gibt da ein Säckchen. Wir sind bald da. Wir sind schon im Osten. Also es kann nicht mehr weit sein. Wir sind da. Wo ist der rote Teppich? Das weiß man nicht, wo ist der rote Teppich. Man soll irgendwie rauffahren können, nicht? Ja, ja, richtig. Ja. Ich vermute, hier ist es. Da ist der rote Teppich. Da. Mein lieber Freund. Aber Hallöchen. Das ist ja Wahnsinn. Süß. Ich helfe euch noch raus. Das ist total süß. Ich lasse uns der Kollege da den Auftritt. Ja, gut. Da kann ich jetzt auch noch mal. Ich versuche so gut wie möglich ranzufahren. Der muss ja da auch wieder... So, steig mal aus jetzt. Ja, ich helfe euch raus. Du hilfst uns raus. Ach Gott. Ich hoffe, dann sieht man den Schlüpfer nicht. Das ist mal schwierig. Ja. Ich hab mal raus. Erstmal die Herren. Genau. Erstmal die Herren. Hunde. Können wir schon ein Foto machen? Einmal, Bobby. Na klar, mach doch. Ja, bleib doch mal sitzen. Das ist doch schon mal ganz fein. Aber da muss ja uns natürlich irgendwie so ein bisschen mehr... Bobby, kooperier mal. Mach mal was. Ja, aber ich komm hier nicht raus. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Okay. Warte mal. Weiter zurück kann ich leider nicht. Ich weiß nicht. Die Wand ist da. Und der Rund steht auf meinem Fuß. Der steht da bequem. Hallo. Hi. Ihr dürft mir gemeinsam folgen. Alles klar. Dann haben wir nämlich vorne ein bisschen mehr Platz. Okay. Dann machen wir das so. Ich komme. Sehr gut. Warte mal. 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 Hi. Ich bin Jessica Parker. Ja. Und hab ich hier. So. Darf ich Ihnen was abnehmen fürs Foto? Ähm, die Tasche sehr gerne. Sehr gerne. Sehr gerne. Ja. Und die Kamera, die stelle ich einfach mal hier hin. Bleib ich hier stehen? Sind Sie live? Ja, ich bin jetzt live. Fast. Ja. So. Sehr gut. Ja. Oh. Ajo. Hör mal die Hand in die Hände. Ja, ja. Ajo. Sieht aus cool aus. Guck mal hier. Guck mal hier. Oh. Guck mal hier. Oh. Guck mal hier. Guck mal hier. 忍. Hat sie zieht ein Foto? Nein. Nein. Achso. Hallo, alles Gute wünschen. Guten Tag, schönes zu sehen. Hallo, hi everyone. Ich schäme mich neben euch zu kommen, ich bin so klein. Du bist klein, aber dafür bist du die Schönste. Vielen Dank, vielen Dank. Mein Schatt hat alles. Bist du schwanger? Oh, ich dachte, du bist schwanger. Julian Stöckel. Oh, die drei Großen. Die Doubles hier, die Doubles. Guck mal, hier drei Großen zusammen. Die Doubles, die Doubles. Warte, die auf die andere Seite. Ja, so, so. So jetzt, oh, die Mädchen. Aber hierbleiben, Julian, hierbleiben, hierbleiben. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Oh, hier bin ich richtig. Ja. Aber hier bin ich richtig. Aber hier bin ich richtig. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ja. Oh, das stinkt. Ja. 3, 1. Oh, danke. Ganz 2. Ganz 2. Ganz 2. Jetzt 3, 2. Ich hab 6. Sharing is caring. Schönger wenn ich komplett ausgebe Boden habe. Vielen Dank. Tschüss. Ohh, dass ich gerne war.